Ja, hallo Leute! Willkommen bei AppTest. Ich bin der AppTester und ich würde euch zeigen Space Invaders Infinity Gene. Was kann es dazu sagen? Ja, das kostet 3,99 Euro im Store und finde ich ist ein sehr geiles Spiel. Hat eine schöne Strichgrafik, die ihr gleich später sehen werdet. Eine sehr, sehr geile Steuerung. Gute, super geile Mucke. Und ja, die Geschichte ist einfach so. Jeder kennt Space Invaders. Aliens greifen die Erde an und wir verteidigen uns mit einem Panzer. Und verstecken uns hinter einer Mauer und verteidigen uns halt. Und Space Invaders erzählt die Geschichte weiter. Ich mache erstmal die Musik an. Erzählt die Geschichte weiter. Ich habe das Spiel schon durch. Ich sage euch, es macht echt mega fun. Das hier sind die ganzen Levels und meine Weiterentwicklungen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal, jeder kennt Space Invader. Space Invader sieht so aus. Gut, ich gebe jetzt einfach mal das. Das waren jetzt die Schiffauswahl, aber die kriegt man eigentlich am Anfang nicht. Na gut, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, so sieht Space Invader aus. Jeder kennt es. Die Erde wurde angegriffen von den Aliens und nun schlagen die Menschen zurück. Bauen ein Schiff, das sich weiterentwickeln kann. Mit jedem Level. Und dann kriegen die Aliens eins auf den Sack. Wir fliegen jetzt auf den Planeten von denen. Besiegen das Mutterschiff. Und haben das Spiel dann durch. Also. Sieht man es gut? Okay. Jetzt zeige ich euch erstmal die Steuerung. Die Steuerung ist wirklich ganz einfach. Nur mit dem Finger irgendwo. Draufdrücken. Und schon bewegt sich das Schiff. Also eine super Steuerung. Haben sie echt super gelöst, die Entwickler. Ich bin echt zufrieden. Ups, ich habe... Ja, das ist das erste Level. Das ist ziemlich einfach. Das ist einfach aufgebaut wie das alte Space Invader. So, jetzt haben wir es geschafft. Kriegen Punkte. Und das zweite Level. Also die Mucke ist wirklich super. Also mir macht es richtig Spaß, das Spiel. Also hat es gemacht, besser gesagt. Ich habe es ja durch. So, jetzt haben wir hier oben. So, gehen Punkte oder so. So nenne ich das einfach mal. Und damit entwickeln wir unser Schiff weiter. Jetzt kann schon unser Schiff schneller schießen. Also wie ihr seht. Der Grafikstil ist wirklich alt geblieben. Aber es macht echt Spaß, Leute. Ohne Witz. So, jetzt habe ich einen Doppelschiss. Ja. Naja, die ersten Level sind wirklich einfach. Gut. Das wäre einfach mal das. Aber ich will euch mal zeigen. Und wie farbenfroh noch dieses Spiel wird. Das ist ja jetzt so trist und grau. Jetzt zeige ich euch mal coolere Levels. Gehen wir ein bisschen weiter hoch. Zum Beispiel hier. Das hier. Und wie es richtig abgehen kann, das Spiel. Also, wir haben erstmal das Schiff, was wir gerade eben hatten. Und dann kriegen wir noch das Schiff. Das Schiff. Das. Und das. Und jedes Mal ist der Schuss auch anders. Also, ich würde, ich... Mein Lieblingsschiff ist wirklich das hier. Weil das ist echt gut. Ich zeige euch auch gleich, warum. Jetzt sieht man, das Spiel ist schon ein bisschen farbenfroher geworden. Die Mucke ist sehr aggressiv geworden. Aber ich zeige euch, das macht echt Spaß. Ich mache mal ein bisschen weiter zurück. Dann sieht man den ganzen Bildschirm. Der Finger ist halt ein bisschen immer manchmal im Weg. Aber er ist auf jeden Fall nicht auf dem Schiff. Das habe ich als erstes gedacht. Oder dass es mit dem System Act gesteuert wird. Also mit den Neigungssensoren. Aber ich finde die Steuerung echt super. Und das Spiel macht echt übel Spaß. Oha. Ja gut, aber keine Chance. Den Genpunkt einsammeln. Aber ich sage euch, Jungs und Mädels. Das letzte Level ist echt... Also, da habe ich an Schüssen und Schiffen und Aliens gar nichts mehr gesehen. Also, es ist echt wirklich gut gemacht. Meine Genpunkte. Ja, wenn man zerstört wird, dann fliegen die Genpunkte so los herum und man kann sie wieder einsammeln. Und quasi sich wieder verbessern. Das finde ich echt gut gelöst. Nach jedem Level gibt es einen Endgegner. Das hier ist zum Beispiel schon einer. So ein kleiner Zwischengegner. Dieses kleine Alien hier. Dieses Ufo, meine ich. Nicht Alien. Ufo. Ruhe. Okay. Und kaputt. Und geschafft. Aber ganz am Schluss. Jetzt haben wir eine Evolutionsstufe erreicht. Das heißt, unser Schiff verbessert sich um ein kleines bisschen. Was haben wir hier? Manchmal kriegt man auch nur so Optionen dazu. Ja, neue Sounds. Irgendwas hinzugefügt. Ich meine, das meiste habe ich ja schon. Aber wie ihr hören könnt, die Mucke ist halt schon lecker. Wirklich gut. Ups, jetzt ist es wieder ein bisschen unscharf. Gehe ein bisschen weiter zurück. Entschuldigen, meine Kamera macht so unscharf. Ich mache das nicht mit Absicht. Ja, jetzt kommen größere Gegner schon. Aber ich will euch ja nicht alles zeigen. Ich spiele jetzt noch kurz ein bisschen, bis ich tot bin. Weil es ist wirklich schnell, dass man stirbt. Ah, kaum gesagt, schon getan. Naja gut, okay. Das soll es gewesen sein. Ich grüße meine zwei Abonnenten. Ich bin echt froh, dass ich zwei habe. Ich habe schon gedacht, das bringt irgendwie nichts. Ne, wir machen jetzt nicht weiter. Das einzige, was ich euch noch zeigen kann, ist, also, dass man hier halt noch die Mucke hören kann. Settings kann man einstellen. Die Schwierigkeit und dann hier Stock. Was Stock bringt, ist glaube ich, dass man irgendwie sich in die Tabelle eintragen kann. Aber das brauche ich nicht. Ich bin nicht so einer, der auf Punkte spielt. Dann hier Grafik. Dann kann man hier das alte Space Invader angucken. Und dann ist hier zum Beispiel ein Schiff, wo auch im Spiel kommt. Aber mehr will ich euch gar nicht verraten, weil sonst bringt es das ja nicht. Auf jeden Fall kann man noch viel da spielen. Wie man sieht, hier sind überall noch Streifen, wo man nachher zu so einem Wirrwarr machen kann. Und hier habe ich auch noch zwei Extra-Levels. Also, das Spiel hat drei Level und jeweils in den Level sind sechs Stages. Spielspaß auf jeden Fall hoch. Aber, naja, es ist wirklich schnell durch. Ich habe es jetzt vorher gekauft und habe es, ja, in fünf Stunden durchgespielt. Aber, ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es echt nicht schlecht. Naja, wie immer, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Ciao.